Wenn ich keine Zeit habe, auf ein Konzert zu gehen, dann müsst ihr natürlich auch nicht auf Musik verzichten. Und da wären wir auch schon beim Thema vernetzte Unterhaltung. Und Telekom hat mit Spotify zusammen ein ganz tolles Angebot. Und ich würde euch das gerne mal zeigen. Kann ich das Tablet haben? Und bei Spotify, da gibt es wirklich über 18 Millionen Songs. Die könnt ihr hier einfach suchen, ganz easy. Dann erstellt ihr Playlisten, die könnt ihr sogar mit euren Freunden teilen. Spotify ist eigentlich fast noch besser als meine Band. Oder? Äh, nee? Was willst du damit sagen? Ja, aber ich meine, habt ihr 18 Millionen Songs drauf. Ja, man kann uns auch downloaden. Ja, aber was soll... Dann kommen wir zu jeder Woodside Song nach Hause. Okay, ja gut, wenn ihr meint, dass ihr 18 Millionen Songs drauf habt, dann machen wir es jetzt ja testen. Ja, 18 Millionen vielleicht nicht. Okay, dann sage ich jetzt den Titel. Nee, warte, ich sage keinen Titel. Ihr sagt den Titel. Vielleicht irgendeine Idee für den Titel. Fireworks. Ja, Fireworks. Das ist Katy Perry, oder was? Katy Perry. Das ist. Hurraux. 업end. Ja, kids? Chorien. Hier, ich habe. Ich bin ein woanders. interesante. Was sieht besser olla. Ich habe nochμαивление bei der Was war es mir nicht! Vielen Dank.